Hallo liebe Gemeinde! Ich habe es mir in meinem Lieblingslesesessel bequem gemacht und dachte, ich erzähle mal was ganz Grundsätzliches zu den Videos, die ich so mache. Angefangen hat das Ganze mit Videos, die waren meistens so 15 Minuten lang, dann wurden sie nur noch 10 Minuten lang und mittlerweile mache ich sogar Videos, die sind nur eine Minute lang und pressen sozusagen den köstlichen Tropfen Elixier aus einer Geschichte raus, das Allerallerwichtigste. Ja, was denn nun, soll das heißen, man soll keine Bücher mehr in die Hand nehmen, im Gegenteil. Eigentlich ist es so gedacht, ihr guckt ein ganz kurzes Video und dann denkt ihr euch, oh, da möchte ich mehr darüber wissen über diese Story, dann guckt ihr das längere Video und idealerweise findet ihr es dann so interessant, dass ihr das Buch in die Hand nehmt. Und wenn ihr euch wirklich fürs Lesen interessiert und für Bücher interessiert und noch ein bisschen mehr darüber nachdenken wollt, dann habe ich was für euch. Letzten Oktober habe ich die Weltliteratur-Community auf Steady angefangen und da gibt es ein paar enthusiastische Leute, die gleich von Anfang an mit dabei waren und mich supporten. Einmal im Monat treffen wir uns zu einem Hangout, wo wir uns austauschen über, wie es uns geht natürlich auch, aber auch über den YouTube-Kanal, was bisher geschah, was die Pläne für die Zukunft sind und entwickeln auch Ideen zusammen, tauschen uns aus. Wir tauschen uns auch über bestimmte Bücher aus und in diesem Hangout ist unter anderem auch der Vorschlag gekommen, ich könnte doch Let's Reads anbieten. Also ich setze mich hier in meinen Lieblingslesesessel, lese aus Werken, die ich zusammengefasst habe, unterbreche mich dabei, kommentiere, erzähle, was mir so dazu einfällt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man das live machen würde, wenn man zusammensitzen würde und die eine lest dem anderen vor oder umgekehrt. Das geht nur nicht, aber dies ist immerhin ein Ersatz für möglichst viele Leute. Es gibt mittlerweile schon vier solcher Let's Reads, alle sind relativ lang, ich glaube von einer Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden lang, wo ich mich zum Beispiel mit dem Silmarillion von Tolkien, mit Unter der Drachenwand von Arno Geiger, dem Blutbuch von Kim de Lorizon und als letztes mit Der Mantel von Mykola Hojol, auch genannt Nikolai Gogol, auseinandersetze. Das ist also ein Langformat sozusagen, das noch mal mehr Lust aufs Lesen machen soll und das den Original-Sound der Bücher vor allem auch ins Ohr bringt, euch von mir vorgelesen. Das wollte ich euch erzählen, vielleicht habt ihr Lust, euch das mal anzuschauen. Ihr könnt ja mal einen kostenlosen Probemonat machen, euch alles angucken, auch bei einem Hangout dabei sein. Ich freue mich, wenn noch mehr Leute uns unterstützen sozusagen in dieser Community und mich unterstützen bei meiner Arbeit, denn ich glaube, dass so ein Projekt, dieses Weltliteratur-to-go-Projekt, eigentlich nur dann Sinn macht, wenn möglichst viele Leute daran beteiligt sind. Deswegen auch die Möglichkeit, mir Gastvideos zu schicken, das habt ihr ja auch schon wahrgenommen. Damit ihr wisst, wie sich das so anhört und anfühlt, so ein Let's Read, nämlich Meine Highlights, so nenne ich diese Let's Read, habe ich im Anschluss hieran mal so ein paar Ausschnitte zusammengestellt, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Danke fürs Zuhören und viel Spaß bei den nächsten Weltliteratur-to-go-Videos. Und gebt mir übrigens gerne Feedback, ne? Macht's gut, lest was Schönes. Tschüss! Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meine Highlights. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Es geht heute um der Mantel von Mykola Hohol, das war ukrainisch, oder Nikolai Gogol, das war russisch. An einer Ministerialabteilung. Ich will die Ministerialabteilung nicht genauer bezeichnen. Es gibt nichts Unangenehmeres, als mit Angehörigen einer Ministerialabteilung, eines Regiments, einer Kanzlei, kurz, mit irgendeiner Amtsperson zu tun zu haben. Jeder Privatmensch glaubt heutzutage, man wolle in seiner Person die ganze Korporation beleidigen. Man erzählt, vor kurzem sei eine Beschwerde eines Kapitän Ispravniks. Ein Ispravnik ist ein Beamter, so eine Art Bezirkshauptmann. Also, man erzählt, vor kurzem sei eine Beschwerde eines Kapitän Ispravniks, ich weiß nicht mehr genau von welcher Stadt, eingelaufen, in der er beweist, dass alle staatlichen Institutionen zugrunde gehen und das sogar sein geheiligter Name missbraucht werde. Als Beleg fügte er seiner Beschwerdeschrift einen sehr dicken Band eines Romans bei, in dem mindestens alle zehn Seiten ein Kapitän Ispravnik auftritt, stellenweise sogar in vollständig betrunkenem Zustand. Zur Vermeidung etwaiger Unannehmlichkeiten ziehe ich es vor, die Ministerialabteilung, von der die Rede ist, eine Ministerialabteilung zu nennen. Das ist das, was ich in meinen Senf angesprochen habe. Drei Sätze, die Erzählung ist drei Sätze alt an einer Ministerialabteilung, da mischt sich in drei Absätzen der Erzähler ein, die Erzählerstimme und gibt erstmal seinen Senf dazu, was er zum Umgang mit Behörden meint und warum die Behörden sich so wichtig nehmen und insbesondere die Beamten sich so wichtig nehmen und sich gleich beleidigt fühlen, wenn man irgendetwas über sie erzählt. Das wirkt abwegig, ja, so ein Abweg, warum müssen wir uns darüber unterhalten? Auf der anderen Seite ist es natürlich die wichtige realistische Verbindung, sozusagen, die diese Geschichte zu seiner Lebenswirklichkeit hat, ja, dieser mächtige Beamtenapparat, nichts, nicht zuletzt ja auch der Beamtenapparat, der dieses riesige Zarenreich und damit die Unterdrückung auch der beherrschten Gebiete ermöglicht hat. Ist schon auch ein politischer Text. Bei aller Ironie, die ich sehr, also liegt mir sehr, weiß man ja, wenn man mal so ein Video von mir gesehen hat, dass ich tatsächlich auch sehr zur Ironie neige. So, und jetzt geht es eigentlich los. Auch wenn Leute einen schwierigen Sprachgebrauch haben, du kannst sie nicht zu irgendwas zwingen, ja, du kannst sie nicht so mit Frontalpädagogik und erhobenem Zeigefinger dahin bringen, oh, wenn du also jetzt keine Gender Gap lässt, dann meinst du nicht alle Leute mit. Ja, ist schon so, ne? Aber jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Und Sprache ist so eng mit Identität verworben, deswegen schreibt er das ja hier auch die ganze Zeit, ne? Ja, wir können Leute ja nicht zwingen, ihre Identität zu ändern. Ganz im Gegenteil, jeder Versuch in diese Richtung muss scheitern, ja? Sondern wir können ihnen nur etwas zeigen, indem wir Geschichten erzählen und vorleben einfach. Also das ist meine pädagogische Grundüberzeugung, jetzt mal mit euch geteilt. Und vor mir war niemand. Nichts. Nur die weiterhin herumtaumelnden Schneeflocken und der Boden bewegte sich unter mir und ich wusste, dass ich tatsächlich und unwiderruflich in diesem Krieg bleiben würde, egal wann der Krieg zu Ende ging und was aus mir noch wurde, ich würde für immer in diesem Krieg bleiben als Teil von ihm. Es war schwer, es sich einzugestehen. I, und das wird jetzt wichtig, I dislike Allegory. Vielleicht müssen wir hier mal ganz kurz einschalten, was war nochmal eine Allegorie und was hat er für ein Problem damit? Also eine Allegorie ist eine ausgefeilte Metapher. Barock Literatur, ja, da ist die Allegorie das Maß aller Dinge eigentlich ganz, ganz typisch. Im Barock gibt es beispielsweise diese schönen bildlichen Darstellungen. Da ist oben ein Motto drüber, so eine vielzeilige Strophe. Dann kommt ein Bild, zum Beispiel die bildliche Vorstellung der Darstellung der Fortuna. Das Glück, das Glück ist natürlich ein abstraktes Konzept, aber es wird hier als Person gezeichnet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017